Hallo, grüß Gott zusammen. Wir sind das Prinzenpaar aus Dachau. Das Besondere an uns ist, dass wir Oma und Opa sind von einem Gadi-Mädchen. Das heißt, wir haben das Amt übernommen, damit unsere Enkeltochter, die Lena, einen richtig guten Fasching hat und darum sind wir heuer das Prinzenpaar. Ich bin der Hadi, der Prinz, der Hadi der Erste. Und meine Prinzessin hat ja das meiste Jahr schon gesagt, was das ist. Und ich sage jetzt, wir haben es bis jetzt noch gar nicht bereut. Wir genießen jeden Tag auf den anderen. Es ist eine schöne Zeit und ich möchte es auch nicht vermissen. Motto, Veranstaltung? Motto. Also wir haben zwei Motto. Und zwar einmal haben wir ein bayerisches Motto, Rock me heute Nacht. Und das andere, unser Kindermotto, ist Disney.